Hallo liebe Leute und ich wünsche euch herzlich, ich wünsche euch, egal und herzlich willkommen bei Watch Dogs. Wir müssen noch einen Schalter aktivieren und dann kommen wir zu einem richtig coolen Versteck, anscheinend irgendwie so ein Hacker Versteck oder was weiß ich, irgendwas Verlassenes, was aber richtig cool sein soll, was weiß ich, irgendwas cooles auf jeden Fall und das sehen wir uns nach dem Intro alles an, bis gleich. Oh, Intro. Versperre dich nicht wieder. Und jetzt leck auch nicht, Intro. Intro! Braucht das Intro länger als sonst oder denke ich das nur? Ganz ehrlich, ich überlabere das jetzt einfach mal rein. Was ist denn mal los? Ich glaube, weil ich nebenbei sozusagen noch die letzte Aufnahme so ein bisschen was rendern lasse, habe, dass es vielleicht deshalb ein bisschen geleckt hat. Ich hoffe, dass es nur so bei mir, ist aber auch scheißegal. Guck mal, ich habe den Träger nach unten gemacht. So. Kamera, da wollte ich dran. Und, was so nennt das? Ich musste unten irgendwo hin. Jetzt sind wir hier drin und müssen da nach oben irgendwo kommen. Ja, steigen wir ab. Kannst du hier hochklettern? Kannst du das? Nein, du bist nämlich nur ein Hacker und kein Athlet. Stimmt. Hier kommst du aber ganz bestimmt auch... Ey, hier würde ich sogar hochkommen. Okay, ich bin jetzt auch nicht gerade scheiß im Klettern, aber... Ich denke, der sollte genauso gut im Klettern sein, wie ich, so wie der hier rumjumpt teilweise. So Parcours-mäßig. Dann sollte der auch an solchen Sachen hochklettern können. Guck mal, oder hier. Hier in so nem Rohr. Einfach gerade nach oben. Wo ist dein Problem? Ich verstehe es nicht. So, wie komme ich jetzt hier am besten nach oben? Assassin's Creed wird das hier alles locker gehen. Kein Problem. Aber hier? Nein. Alles komplizierter. Alles komplizierter. So. Ähm. Ja. Was war ich jetzt am besten? Und der zerquert mich hoffentlich nach oben nicht. Ne? Nicht? Ah, aber der fährt mich hier rüber. Perfekt. So. Das da hinten muss ich aktivieren. Ich seh's, aber ich muss wahrscheinlich erstmal noch irgendwie reinkommen. Nein, muss ich nicht. Es ist leichter reinzukommen. Zack. Boom. Das sollt reichen. Das sollt reichen. Schalten Sie einen Generator ein. Betreten Sie den Bunker. Nächste Mission. Ich hab's. Ich hab das System online gehen hören. Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Wetten wohl. Wetten, da ist irgendwas drin. Und die fliegt vor allem in die Luft. Oder irgendwas. Oder wäre ich jetzt nicht noch gekommen zu ihr, weil sie nicht in die Luft geflogen hat. Aber. Ich weiß noch. Ich bin gerade eben extra die Brücke umgedreht, damit sie nicht auf diese Insel kommt. Aber ich wette. Sie wird jetzt hier sein. Nicht? Okay. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Okay. Hallo? Was jetzt? Ich bin hier drin. War das nicht die Mission hier rein zu gehen? Das Gefühl, ich hab irgendwas Falsches gemacht. What? Läuft bei denen. Den Punkt da unten muss ich erreichen. Okay. Da kamst du nicht zu mir. Alles klar. Okay. Da oben muss ich mal wieder etwas aktivieren. Ist ja auch kein Problem. Kann ich auch einfach hinlaufen. Und zack. Und. Zwischensequenz. Oh mein Gott. Ich hab ganz weit vergessen, meine Facecam wieder einzuschalten. Hallo. Jetzt kommt es Zwischensequenz und schalt sie ein. Wie unnötig. Na ja. Egal. Ach nö. Alles Error. Okay. Bloom hat wohl die meiste Hardware entfernt, doch entscheidend sind die Verbindungen. Voila. Kann man uns von dir aufspüren? Das ist ein Sicherheitsbereich. Bauart bedingt nicht aufzuspüren, nicht zu hacken. Und doch hacken wir uns hier ein. Guter Argument. Ich muss wissen, woher die IP-Adresse stand. Lass mal sehen. Warum interessiert sie dich? Das ist nur eine Spur, mehr nicht. Wie kam Damien nur da dran? Das ist echt gut versteckt. Keine offenen Hintertüren. Kommt scheinbar aus dem Rossi Freeman Bezirk. Viceroy Territorium. Okay. Da. Kameras. Damit können wir einen Blick reinhören. Kommst du von hier aus ran? Nein. Wir sind komplett vom Netz getrennt. Das ist merkwürdig. Wenn ich von hier aus nicht rankomme, dann gehe ich an die Quelle. Ich mache hier alles fertig, bis du zurück bist. Alles klar. Und. Huch. Huch. Nein, nein. So. Ähm. Schalten wir den Strom im Bunker. Strom. Genau. Schalten wir den Strom im Bunker ein. Was bist du denn hier? Okay. Zweck ist unbekannt. Den wir wahrscheinlich später noch brauchen. Diesen, äh. Diesen Tastatut, der gerade eben war. Ich wette. Die Claire. Aber ohne sie wäre ich aufgeschmissen. Vielleicht ist sie meine einzige Freundin. Beeil dich mit deinem Selbstgesprächchen. Ähm. Ich wette, Claire gehört letztendlich zu den Bösen. Oder muss ich doch hier raus? Ah stimmt. Ich musste hier raus. Ich wette einfach, Claire ist einer von den Bösen. Wetten? Hm? Oh. Direkt schöner Wagen. Direkt ein. Ich hab den Artikel vergessen. Direkt ein. Schöner Wagen. Nein. Steig aus. Steig aus. Ich will keine Musik. Portionen. Audio. Aus. Nein, die sollen an. Och komm schon. Und die sollen aus. Wieso hat sich das alles zurückgestellt? Verdammte Schöße. Musik. Lautstärke. Runter. Schall. Lautstärke. Runter. Effekt. Lautstärke. Auch ein bisschen runter. Alles ein bisschen was runter. 80. 80. Warte. Reicht. So. Ähm. So. Jetzt aber einsteigen. Jetzt haben wir auch keine Musik. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Was war die richtige? Wie? Ah. Nochmal. Audio. Und Sprache. Oh. Ich muss natürlich auch Speichendrückern. Drückern. Genau. Ich muss drückern. So. Übernehmen. So. Nochmal aussteigen. Nochmal einsteigen. Und wenn jetzt wieder Musik angeht. Gut. Dann geht's jetzt raus. Ah. Moment. Ich nehme die Brücke einfach, die geradeaus ist. Da sollte ja auch eine sein. Ich hoffe, die ist nicht kaputt. Sondern nur so eine Querbrücke, die ich wieder hinzufügen kann. So. Hier lang. Eigentlich war der krasse Wagen, den ich hier gerade klaue. So. So. Dann. So. Und. Drauf. So. Damit hier jemand anderes draufkommt. Wieder drehen. Und wir sind weg von der Insel. Wuhu. Ich habe keine Heimat gestellt. Wuhu. Ja. Ich mache jetzt einfach noch was. Und dann ist Ende. Geil. Ich kann Zeitlupe fahren. Ja. Das ist ja echt geil. Wow. Ja. Ich kann es auch in Zeitlupe komplett verkacken. Gerade war der Wagen noch schön. Und dann versaue ich den komplett. Naja. Was soll's. So. Nein. Oh. Knapp. Knapp mit meinem Tod vorbei. Komm schon. Dieser scheiß Wagen, ey. So. Irgendwann muss ich jetzt sofort der Links ablegen. Ich mache einfach mal hier. War vielleicht doch ein bisschen was. Zu spät. Oder zu spät. Entschuldigung. Du warst im Weg. Tut mir leid. So. Und. Jetzt links. Das sollte eigentlich ein geiler Glück werden. Aber irgendwie hat dieses. Auto ist nicht mit lenken. Hier ist das andere Auto lenkt. Viel mehr besser. Viel mehr besser. Viel besser. Ähm. So. So. Und. Rechts. Und. Links. Rechts. Links. So. Genau. Okay. Okay. Da ist es. So. Aussteigen. E gedrückt halten. Und wir starten die nächste Mission. Uh. Uh. Damit du schweifst. Du bist ab sofort nicht mehr auf meinem Raster. Rossi Freeman. Sie hatten so viel vor mit dem Viertel. Gebracht hat es nur, dass jetzt alle Banden unter einem Dach sind. Von der Stadtteilgemeinschaft bleiben nur noch Wohnheimgemeinschaft. Was ist mit den anderen? Die spielen mit oder ziehen weg? Ich werde mich mal umsehen. Herausfinden, was die so machen. Ah. Okay. Fertig. Hast genug gelabert. Und dann nehmen wir uns in den Wagen. Und fahren. Jetzt hier mal rein. Okay. Die Typen haben das zu einer Festung ausgebaut. Allein komme ich da nicht rein. Okay. Ich schleife mich in ihr Netzwerk. Und dann können wir einen Blick hineinwerfen. Okay. Wie mache ich das? Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal offensiv drauf fahren, die ich viel lieber mag als irgendwas anderes. So. Okay. Nur leider ist diese offensiv drauf Methode ein bisschen lebensmüde. Ja, bitte. Bitte. Wie viel hältst du aus? Alter. Ich glaube, das ist echt nicht dafür gedacht, dass ich da reinrenne. Da kann ich mit den Waffen, die ich unter meinem Mantel habe, nicht viel ausrichten. Ich habe den, glaube ich, gerade Schrotflintenschüsse ganz viel in den Magen gehauen. aber nein. So. Gut. Okay, ich muss hier aber schon rein, nur ich muss das nicht so offensichtlich mit einem Auto machen. Komm schon. Halt, die haben da oben auch direkt Sniper stehen. What? W- W- Was? Was geht da schief? Ähm. Okay. Au, nicer Wagen. In dem möchte ich mal kurz fahren. Das ist auf jeden Fall ein sehr nicer Wagen. Und dann können wir und so steige ich mal aus. Hallo. Das ist unser Revier. Schieb mal besser ab. Alles klar. Auf meine Steuerung ist auch wieder weg. Ich hätte gern seine Gene. Na klar. Na klar, oh Mann. Okay, ich nehme die Wache. Keiner hat es mitbekommen. Okay. Zack. Niemand weiß, wo ich bin. Aber ich sehe Sniper. die ich einfach nicht treffen kann. Ja, bitte. Geh wieder in Deckung. Okay, jetzt muss ich, ähm, ich habe keinen Sniper. Das ist mein Problem. Ohne Sniper kriege ich die da oben einfach nicht. Ich könnte höchstens versuchen. Wow. Die schießen dann in meinen Wagen. Okay. Ich wollte eigentlich versuchen in die nächste Deckung reinzufahren, aber damit bringe ich mich nur selber um. Du Hurenso. Renn, 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 renn. Nicht da lang. Nicht da lang. Geh aus der scheiß Deckung raus. Geh doch aus dieser... Was tust du da? Du, du Lappen. Du Kackuhnsohn. Hör auf mit euren scheiß Granaten, okay? Okay. Zack, ausgeschaltet. Sogar mit dem Skillpunkt. So. Okay. In die nächste Deckung. Spitze. So. Ich hasse einfach dieses Sniper und diese Steuerung. Vielleicht kann ich hier aber auch noch was umstellen. Und zwar bräuchte ich mal... Ähm... Ne, warte mal. Brauche ich... Steuerung. Maus des Satur. Das, ähm... Steuerung anpassen. Komm schon. Das, was auf C liegt, auf Alt brauche ich das. Zu Fuß. C. In Deckung, Alt. Deckung verlassen, Alt. Ach, beides bräuchte ich auf Alt. Hm, okay. Hm, hm, hm. Egal, passt so. Oh, wer schießt? So, egal. Ich hab's jetzt auf Alt. Und es klappt nicht. Weil ich wahrscheinlich nicht übernehme gedrückt habe. Ey, so ne... Kein Controller. Zurück. Zurück. Die Maus ist ja auch viel zu empfindlich in dem Menü. C soll Alt sein. Und Deckung verlassen. Kann ich nicht Y machen. X. Ach, scheiße. Schießen. Schießen. Du warst X. Langsam gehen. Ist nicht mehr zugeordnet. Was? Oh, so ne Scheiße. Ähm. Dann würdest du auf V langsam gehen. Ja, Deckung verlassen tue ich ja jetzt auf X. Gut. Ich hab schon... Boah, ich könnte jetzt ausrasten. Echt, ich könnte ausrasten. So, komm. Ich mach es noch einmal. Zu Fuß auf C, auf Alt und auf Übernehmen. Das ist jetzt nicht mehr zugeordnet. Loggen, langsam gehen. Auf was war denn langsam gehen bitte vorher? Komm, Standard. Ach, langsam gehen wir auf Alt. Ja, komm. Dann geh du jetzt mal langsam auf L. Juckt eh keinen. Deckung verlassen. Brauche ich nicht. Escape. In Deckung gehen. Alt. Deckung verlassen. C. So. Abbrechen. Nein. Bitte. Ist das gerade dein Ernst? Ich wollte gerade abbrechen, dass ich zurückgegangen bin und nicht... Langsam gehen. L. Alt. C. Übernehmen. Zurück. Jetzt. Wenn das jetzt nicht geklappt hat. Danke. Alt ist jetzt die neue Deckung. Und C ist die Deckung verlassen. Zack. Das ist jetzt richtig zerstörerisch, diese Steuerung. Ah, jetzt klappt es auch. Jetzt steht er auch Alt. So. Mein Problem sind oben die Sniper. Und ich muss ja auch eh hier hin. Also nutze ich das mal kurz. So. Freie Schussbahn und der Hurensohn ist tot. Okay, da schießt wieder jemand auf mich. Oh, wir sind wieder die Sniper auf Jagd nach mir. Los, ich gebe euch Deckung. Ich könnte den versuchen zu bekommen. Oh, ich glaube, ich habe ihn sogar erwischt. Oh, der hat es probiert. Bitte lasst das mit der Granate in die Luft. Bitte lasst das mit der Granate, okay? So. Okay, der meinte gerade, er fickt meine Mutter. Ich behalte ihn im Maul. Verdammt, ich habe lange genug gewartet. Gott, warum stehst du da rum? So, komm schon. Zack, das war's mit dem. Der da oben, der wird jetzt auf mich schießen sofort. Zack, damit habe ich auch den zweiten Sniper. Und habe jetzt eine freie Bahn durchzulaufen. Komm, geh in die Deckung. Dann tu's. Niemand hinter dich. Außer ich. Okay, komm, zeig euch. Scheiße, zeigen sie sich direkt beide. Okay. Nachladen. Der guckt. Ich schieße. Er tot. So. So. Okay, jetzt gehe ich schnell nach hier. und benutze diesen Punkt. Zack. Hecke mich hier mal schnell rein. So. Bin drinnen. Wenn das so leicht wäre. Und dann renne ich jetzt noch zum letzten Punkt. Ähm. Und ich brauche echt eine Sniper in diesem Spiel. Ach komm schon. Okay, ich gehe doch in Deckung. Ach, da oben ist ein Sniper scheiße. Okay, komm schon. Fick dich. Fick dich. Nicht mich ficken. Fick du dich. Ach komm schon. Habt ihr jetzt gerade meine Deckung weggestimmt? Hast du gerade Hilfe verlangt, du Lappen? Zack. Okay, komm schon. Solange der Typ mich nicht wegsprengt, während ich hier gerade das hecke, ist alles gut. So. Jetzt muss ich rüber. Und wir haben, wir haben jetzt wirklich Verstärkung bekommen. Kacke. Ja, ich habe einen von uns erwischt. So. Krass, ne? Zack. Ah, kacke. Zack. Das war's mit dem. Oh Mann, wie ich gerade gefehlt habe. So. Hier sind erstmal keine mehr. Okay, gut. Nein, nein, nein. Geh aus der Deckung. Geh aus der Deckung. Geh jetzt in die Deckung. Gut. Nice. So. Geh nach hier in die Deckung. Genau. Ähm. Denn ich muss jetzt nach hier. So. Weißt du, woran das liegt? Ihr seid ein Haufen Luschen. Ein Mann kann euch ja einfach töten. Ihr Luschen. So. Ach, da hinten. So. Dann hier rein. Aber wobei erstmal nachladen. Wer weiß. Wenn die jetzt noch mal auf mich hetzen. Und entriegeln. Und entriegeln. gehört. Ich habe jetzt ein paar Gegner hier. Aber ich hatte eigentlich vor Ort, die Gegner jetzt in der nächsten Folge zu besiegen. Aber, hm. Hey Mann, such den Weg da weiter. Was tue ich jetzt? Kann ich da vorne in die Deckung? So. Zack. Und er hatte keine Möglichkeit, sich noch zu melden. Bringt nichts, um mehr Zeit zu verspenden. Abflug. Was? Flucht erfolgreich? Bitte. Was für eine Flucht. Ich war hier eigentlich nur und habe zwei Leute getötet. Das sollte reichen. Ja? Wir sind verbunden. Jetzt kannst du einen Blick nach Rossi Fremont werfen. Danke. Für alles. Da war es die große Hilfe. Ach, hat der mich jetzt gesehen. Da kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Über Deckung, Ries. Ich fange gerade erst an. Ich muss da rein. Ein paar Antworten finden. Und meine Schwesterin. Und sobald du deine Antworten hast. Was dann? So, ich mache das Tor zu. Und fahre auf der anderen Seite irgendwo raus. Jeder Einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Hier sind so viele. Lena ist tot. Was? Habe ich irgendwas gerade verpasst, dass Lena tot ist? Okay. Ich habe wahrscheinlich irgendwas vergessen, die verpasst, als ich gerade ganz kurz AFK war. Lena scheint jetzt tot zu sein. Traurig, aber wahr. Oh, scheiße. So. Und ich bin so gesehen komplett geflohen. Aber das war es jetzt auch mit Aufnahmen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir den nächsten Auftrag erledigen. Beziehungsweise die nächste Mission starten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und oh, die Haare liegen nicht mehr richtig. Tschüss. Das ist das.